Hallo zusammen bei der Filmfabrik. Ein klassisches Genre, woher eigentlich sowohl das Theaterstück kommt, als auch dann der Film, ist das Drama, eben die große Geschichte. Und zehn von diesen großen Geschichten habe ich euch diesmal mitgebracht, weil Filme, die man gesehen haben muss, must see. Als erstes habe ich einen Film dabei, den ich auch schon mal bei den Couch Classics hatte, nämlich Vergiss mal nicht, Originaltitel Eternal Sunshine of the Spotless Mind mit Jim Carrey und Kate Winslet. In einem Film, in dem Jim Carrey mal brilliert, als fantastischer Darsteller und eben nicht nur als Comedian. Eine Geschichte, die davon handelt, wie es eigentlich ist, wenn wir eine Person aus unseren Gedanken löschen und wie das auch ist, wenn man das löschen lässt. Wie man dann nochmal diese ganzen Erinnerungen durchlebt und wie wichtig aber eigentlich auch Erinnerungen und auch schmerzhafte Erinnerungen sind. Ein brillanter Film, unglaublich kreativ, fantastische Regie hier von Michel Gondry. Das reimt sich sogar, das macht diese ganze Sache noch viel schöner. Kate Winslet ist toll, Jim Carrey ist toll, tolle Geschichte, geil gefilmt, geil gedreht, mega Teil, unbedingt anschauen. Der nächste Film ist das Debüt von Sofia Coppola, also ihr Debüt-Lang-Film und war auch der große Durchbruch für Kirsten Dunst, die hier eine der vier Schwestern spielt, die überhaupt nicht mehr zufrieden sind. Ihre Eltern haben sie nicht gut behandelt und wollen sich nacheinander umbringen. Das klingt jetzt erstmal so ziemlich krass, so was ist das denn für ein Film. Ist aber eben was sehr Emotionales, ein tolles Drehbuch, also wirklich sehr dicht an den Charakteren und grandios gespielt. Ist eben auch ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. Und gerade wenn man jetzt an die großen Dramen denkt, vielleicht nicht der erste Film, der einem in den Sinn kommt. Und deswegen mag ich ihn auch hier unbedingt in dieser Liste haben. Es ist eben nicht immer nur dieses Duft-Duft-Heulerei, sondern auch mal eben dieser etwas kleineren Filme. Und deswegen Virgin Suicides unbedingt einmal anschauen. Auch den nächsten Film hatte ich schon mal in den Couch Classics, was ja nur heißt, guter Film. Und ich finde, hier hat er auch einen Platz verdient, 21 Gramm. Ist ja auch von dem Regisseur, der Birdman gemacht hat. Und ich verzweifle an der Aussprache des Namens. Er heißt Alexander. Den Rest blende ich euch hier ein. Ich kann es nicht aussprechen. Inaritu Iri. Ich kriege es einfach nicht hin. Aber egal, der Film ist ja fantastisch. Toll gespielt. Sean Penn ist dabei. Benicio de Toro und Naomi Watts in einem Film, der auch nicht chronologisch erzählt wird, sondern auch so bruchstückartig. Es geht um Schuld. Es geht um Verantwortung. Und vor allen Dingen um Liebe und die Seele. Das klingt erstmal nach einem kitschigen Film. Aber er schafft es einfach daraus, einen Film zu stricken, der unglaublich intensiv ist. Der toll gefilmt ist. Der auch von der Art und Weise, wie er geschnitten ist. Und einfach eine ganz eigene Bildsprache hat. Wirklich begeistern kann. Und deswegen müsst ihr euch diesen Film anschauen, wenn ihr das nach der Couch Classic damals nicht sowieso schon getan habt. Auch ein Film, über den ich schon mal gesprochen habe. Verrückt. Das ist hier Recycling, Dominik. Aus allen irgendwelchen Videos, die du gemacht hast, machst du jetzt hier eins. Nein, Memento muss man eben wirklich gesehen haben. Ein Film, der nicht nur nicht chronologisch erzählt wird, wie 21 Gramm, sondern rückwärts. Und das ist ja das Spannende. Normalerweise arbeitet ja ein Film auf den Klimax, also auf den Höhepunkt, darauf zu. Der dann entscheidet, okay, was passiert aus dieser Geschichte. Und das Abgefahrene bei diesem Film ist, da er rückwärts erzählt wird, ist hier der Klimax, also der Höhepunkt, einfach das, was am Anfang passiert. Und für den Film unglaublich wichtig ist, was ist denn am Anfang passiert, dass ich das jetzt alles so sehe. Und das ist echt crazy, denn erst dann checkt man ja so richtig, was dieser Film will. Und man muss ihn eigentlich danach nochmal schauen, um das Ganze irgendwie im Kopf zu verarbeiten. Visuell toll. Auch ein Christopher Nolan Film, den ich sehr, sehr beachtenswert finde und würde mich freuen, wenn er mal wieder so eher in diese Richtung gehen würde. Eher etwas kleiner, dafür aber im Drehbuch einfach viel dichter und kreativer. Aber mochte ich sehr, anschauen pflicht. Ein Film, an dem ich privat besonders hänge, weil ich mit ihm selber ein trauriges Erlebnis und Ereignis verbinde, als ich ihn im Kino gesehen habe. Wenn Träume fliegen lernen, Finding Neverland, grandiose Geschichte über die Entstehung des Peter Pan Romans oder der Peter Pan Geschichte. Auch hier Kate Winslet dabei und Johnny Depp, den ich in dieser Rolle auch sehr stark finde, weil er eben dort einfach mal wieder eine Rolle hat und nicht irgendwie einen Kasper spielt. Nicht bösartig gemeint, sondern eher als Kompliment. Hier spielt er eben wirklich auf den Punkt und eben auch eine Geschichte, die sehr berührend ist. Auch noch mit wahren Begebenheiten bestückt, beziehungsweise die ganze Geschichte ist ja ungefähr so passiert. Und bringt einem doch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, was ist eigentlich im Leben auch wichtig und wie wichtig ist Fantasie und einfach Dinge, die um uns herum passieren, wie man sie aufnimmt, Familie. Leute, einfach ein wunderschöner Film, aber hier garantiere ich euch, ihr werdet euch gegen Ende die Seele aus dem Leib heulen. Ich habe es getan. Ein Film, der ein bisschen aktueller ist und verrückterweise auch mal bei den Couch Classics war. The Help! Ein Film, der ebenfalls ein Debüt ist und gleichzeitig geht es hier auch um Rechte, Gleichberechtigung, wie war das Leben von Afroamerikanern in den USA noch in den 60er Jahren. Das war gar nicht so leicht. Emma Stone ist dabei. Octavia Spencer ist dafür sogar ausgezeichnet worden für einen Oscar. Jessica Chastain war nominiert, so wie auch Viola Davis, also fantastisches Schauspielkino über eine Zeit, die eben nicht so einfach war. Und trotzdem schafft der Film es auf eine positive Art darzustellen und wunderschöne Settings mit ins Bild zu integrieren. Ein Film, der mit knapp zweieinhalb Stunden zwar sehr lang ist, aber gar nicht so lange einem vorkommt. Tolle Geschichte, dramatische Elemente und trotzdem auch Erheiterung und Hoffnung. Ein fantastisches und exzellentes Drama. Ebenfalls ein exzellentes Drama ist The Green Mile. Auch wenn er wirklich an einigen Stellen so richtig derbe auf die Tränendrüse drückt. Tom Hanks ist hier dabei und das war auch so zu seinem Karriere hoch. Steven Spielberg ebenfalls hat damals einfach jeden Film wirklich so fantastisch rausgehauen. In diesem Fall The Green Mile. Sehr emotional über den Todestrakt eines Gefängnisses, eben die grüne Meile, weil eben auch der Boden grün geflatzt ist. Und das ist das letzte ist, was der Gefangene sieht, bevor er dann getötet wird oder das Todesurteil vollstreckt wird. Sehr emotional mit Fantasy-Elementen, die man dort erst gar nicht vermutet. Man würde sagen, in so einem Film passt das überhaupt gar nicht. Aber sehr wohl dosiert und hier ist besonders die Figurenkonstellation sehr interessant. Weil man eben merkt, wenn zwei Personen eine Beziehung aufbauen, die eben auf dieser sehr freundschaftlichen Ebene und auch gleichzeitig mit so einem Ungleichgewicht der Stellung in der Gesellschaft ganz, ganz toll. Und ja, auch da ist einfach das Herz weint ab Minute 60 eigentlich konsequent durch. Der nächste Film ist zigfach preisgekrönt, der englische Patient und das auch völlig zu Recht großartiges Drama Adaption eines Bestsellers. Ralph Fiennes ist dabei, Juliette Binoche, die Ralph Fiennes nach einem Absturz in Ägypten kurz vorm Zweiten Weltkrieg gepflegt. Hier geht es auch um Verantwortung, hier geht es um Liebe, hier geht es um Dinge, die in Vergessenheit geraten sind oder eben Amnesie, die man einfach so nicht mehr mit sich trägt und damit auch ein ganz neuer Charakter entsteht. Stellt euch mal vor, dass ganz viele wichtige Dinge aus eurem Kopf weg sind und ihr gar nicht mehr wisst, dass ihr das eigentlich wart. Ist also echt ein sehr, sehr komplexes Werk. Zwei Stunden 40 geht dieser Film, klingt auch natürlich ultra lang, braucht aber auch, um diese Kraft und um diese Emotionen zu entfalten. Ein sensationeller Film und muss einfach bei einem Film, den man gesehen haben muss, Drama dabei sein. Der nächste Film ist auch wieder mit Tom Hanks, hat er auch den Oscar für bekommen, seinen ersten für Philadelphia. Hier spielt er einen HIV-Infizierten und nachher AIDS-kranken Anwalt, der eben durch seine Homosexualität und die Krankheit bei seinem Arbeitgeber einfach rausgeworfen wird. Und das geht natürlich nicht, ist also gleichzeitig so ein Gerichtsdrama mit Denzel Washington, der natürlich einfach gerade zu diesem Zeitpunkt der bestmögliche Darsteller für einen loyalen Anwalt war. Hat aber eben auch sehr, sehr viel dramatische Stellen. Denn hier geht es einmal um die Krankheit selber, um auch wie man mit sich selber irgendwie ins Reine kommen muss, wenn man weiß, okay, ich werde bald sterben. Und gleichzeitig dieses Element von Outing, Schwulsein, Homosexualität und dann eben auch dieses Arbeitsrecht. Also wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Unglaublich, aber sicher im Parkett stehend. Tom Hanks spielt das wirklich weg. Und der Titelsong von Bruce Springsteen Philadelphia ist natürlich auch einfach einer der heftigsten Filmsongs, die es je gab. Da weint man ja schon, wenn man diesen Song hört. Also auch grandioses Schauspielkino. Und solche Filme würde ich gerne mal wieder im Kino sehen. So große Dramen sind rar geworden in der letzten Zeit. Es gibt viel Popcornkino, viel Buf, Buf, Buf. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute interessieren sich da nicht mehr so richtig für. Schade eigentlich. So etwas würde ich mal wieder sehr, sehr gerne im Kino sehen. Auch eine Art Film, die ich häufiger sehen wollen würde. Die Verurteilten wird irgendwie gefühlt alle zwei Wochen auch auf Kabel 1 und RTL 2 immer noch wiederholt. Aber zu Recht. In diesem Film kann man sich tatsächlich immer wieder anschauen. Tim Robbins, Morgan Freeman über einen Mann, der offenbar zu Unrecht in ein Gefängnis kommt, beziehungsweise verurteilt wird. Wie ist eigentlich das Gefängnisleben? Wie geht man damit um? Wie kann man selber aber auch sich nicht vergessen, wenn man gefangen genommen ist? Aber auch gleichzeitig, wie ist es eigentlich, wenn man nach ewig Jahren nochmal rauskommen darf und frei wird? Wieder als freier Mann. Ist ein Film wahnsinnig stark und ist, glaube ich, auch seit gefühlt 1500 Jahren auf Platz 1 der IMDb-Wertung. Also ist ja diese Database im Netz über Filme. Wirklich ein fantastischer Film, den man einfach gesehen haben muss, weil er auch super geschrieben ist. Und sehr, sehr viele Emotionen mitbringt, ohne kitschig zu sein. Und ich finde, das haben alle 10 Dramen, die ich euch jetzt vorgestellt habe, so gemeinsam. Das sind viele Emotionen, aber eben ohne Kitsch. Sondern das hat alles so eine gewisse Ehrlichkeit und eine Ernsthaftigkeit in sich. Finde ich, solltet ihr euch auf jeden Fall alle anschauen. Wer noch andere Filme sehen möchte, zum Beispiel tolle britische Filme, die verlinke ich euch hier unten links. Und die andere Reihe, wobei ist ja einfach eine Playlist, da brauche ich davon gar nichts weiter verlinken, Verlinke ich euch hier unten auch Filmfakten zu Fast & Furious, da läuft ihr auch aktuell in den Kinos sehr, sehr erfolgreich. Schaut da gerne rein und sehen wir uns bald wieder bei der neuen Filmkritik hier bei der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.